Hey ho, liebe Leute! Ihr kennt eventuell noch so Sachen wie Best of Bernd, Bob genannt, gemacht von 420HBK, hahaha, DX8, auch genannt Cindy's Fischi Paradies und Sean Michi Chales Fan 7 mit der Hilfe von einigen anderen sehr netten Bürschchen. Jetzt hat sich der gute Deathborn 2048, also der hier. Jetzt bekniet er mich. Bernd, bitte nicht, du, du stärker, großer, schöner und intelligenter... Jüngling, stirb nicht, Spielgescheid! Hingesetzt hat mein komplettes Let's Play zu Final Fantasy 5, meinem allerersten Projekt, noch einmal durchgeguckt und hat ein zweites Best of Bernd gemacht, Special Final Fantasy 5. Ich bin sprachlos, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist unglaublich, also mir bleibt die Spucke weg. Ich habe es nicht verdient, sowas, ganz ehrlich, müsst euch die Mühe nicht machen, und da gibt es andere, die haben es weitaus mehr verdient. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin lächerlich als Peer im Vergleich zu vielen anderen und es ist einfach ein Wahnsinn. Ich kann einfach nur, ich weiß nicht, wie ich es vergelten kann. Vielen herzlichen Dank dazu. Das hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen, dass es Leute gibt, die sich die Zeit nehmen, um sowas zu machen. Und okay, ich könnte es jetzt auch als Angriff auf meine Person nehmen, weil das Projekt ist nicht unbedingt, ja, ich sag mal so, wahrscheinlich werden es die meisten gar nicht erst kennen, weil die meisten einfach viel, viel später mal bei mir reingeguckt haben. Und ja, in dem Projekt habe ich mich irgendwie erst auch über die Zeit definiert. Und im Grunde sage ich, alles, was so vor 2012 ist oder passiert ist auf meinem Kanal, würde ich am liebsten löschen, weil das zum Fremdschämen ist und das gehört definitiv dazu. Aber es ist nun mal da und ich werde es sicherlich nicht verweigern. Deswegen, wenn ihr Interesse daran habt, mal reinzugucken, was er sich für Arbeit gemacht hat und so weiter. Ich habe es mir jetzt eine Stunde zehn angeguckt, muss das Video noch zwischenschieben, um, ja, auch mal meinen Leuten Bescheid zu sagen, hey, da gibt es was. Und wer es gucken möchte, sei angehalten, es zu tun und gebt ihm Knuddel oder sowas in den Kommentaren. Abonniert ihn.